Die ersten zwei qualifizieren sich automatisch für die Superliga Germany. Und wer die Superliga Germany gewinnt, der fliegt zur WM nach London. Kevin Kniepen ist der Padawan von Die Wespe, Eddie Frotzke, der sehr viel von ihm lernt und auch schon gelernt hat. Ich kann es kaum glauben, Eddie, wir haben es beide bis ins Viertelfinale geschafft. Kevin sucht eben in dieser Dart-Welt von Eddie und Manu Anschluss. Und das wird so seine Ersatzfamilie. Die größte Familie, Kevin. Das wisst du auch für mich. Ich würde sagen, er ist ein bisschen einfach gestrickt, aber er hat eben trotzdem auch den großen Traum, dass er Dart-Profi werden kann. Kniep nieder, wenn der Kevin kommt.